Mein Name ist Alessandro Kurzedim und ich bin Product Manager bei Celum und verantworte den Bereich Workrooms bzw. Work. Sollt ihr meinen Vortrag nicht verpassen, denn er wird sich vom Hocker reißen. Nein, Spaß beiseite. Es geht einfach darum, ich zeige Ihnen ganz konkret, wie Sie effizienter arbeiten können mit Ihrem Team, mit allen Ihren Kollegen, mit Marketern und Designern, damit Sie einfach am Ende des Tages viel besser arbeiten können. Heute ist mein erster Print Day und das Tolle an der Veranstaltung ist, dass einfach viele unterschiedliche Branchen hier sind, wo man einfach ganz, ganz viele Informationen mitnehmen kann und für jeden einfach ein Learning mit dabei ist.